Aber nein, Plot wants it that way. Ja, der Plot. Okay, im Nordwerk können wir alles auf den IQ von Max schieben, aber... Ja, so weit, so gut. Whatever. Irithates, die Anime ist gleich Berserk. Sprich, was? Was bringt mir Berserk, dass der Gegner auf alle losgeht, willkürlich? Äh, nein, danke. Nein, danke. Okay, einfach mal blind angreifen und schauen, ob wir irgendwie irgendwas töten können und... Ja. Irgendwas töten können ist immer gut. Töten. Ach ja. Au. Ich kann nichts anderes machen, außer die Melodie zu summen, während ich jetzt warte, bis irgendeiner wieder drankommen kann. Okay, Schabu macht mit normalen Attacken keinen Schaden. Merke. Okay. Äh, ja. Meint irgendwer zum Helm? Ja. Du selbst. Und... Ähm, ja. Blablabla. Jatta, jatta. Piu, piu. Ihr hofft, ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe den Sinn dieses Spieles stellenweise überhaupt nicht. Also, dieser Typ geht einfach in die Welt hinaus und versucht jetzt, äh, was zu tun. Ähm, boink. Ja, es ist ja wütend. Jetzt habe ich ihn wütend gemacht. Juhu. Piu. Und... Piu. Und es bringt das nichts. Ja, zwölf GP und eine Treppe. Und was? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist denn... Was? Was zur Hölle? Hilfe! Hilfe! Du, 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 die Party ist angekommen. Ha, jetzt sind wir nicht da. Los, befreien wir die Prinzessin. Klappe. Du bist ja schwach, um gegen mich zu kämpfen. Schwach, ich. Ich habe eine Tonne Monster besiegt. Und, äh, ich... Es interessiert mich nicht, wenn alle sagen, du bist schwach, weil nur du ein Feigling bist. Ha, jetzt habe ich dir voll gegeben. Ha, ha. Äh, saucy? Saucig? Okay, keine Ahnung, wie man das übersetzt. Hm. Ich kenne dich nicht. Ja, wenn du sagst, dass du sicher so stark bist, wenn du so stark bist, wie du sagst, dann... Ja. Bist du ein Haufen Soße. Ich werde deine Stärke testen. Blauer Ritter. Weckämpfe diesen Eindringling. Ja. Er ist ein Fäigling. Er lässt nie... Er lässt immer andere Läser wie sich kämpfen. Und... Ui, es ist doch nicht Special Cake. Aber das wäre Special Cake. Ja. Boink. Ja. Boink. Also einfach alles durchgehen. Ob es vielleicht was bringt. Und... Angreifen. Normal Shot. Ja. Pium. Okay, der macht einigermaßen Schaden. Der macht sogar einigermaßen sehr viel Schaden. Der Kerl. Blub. Aber für was können wir denn Lebensenergie abziehen? Und... Blaue Energiebälle schießen. Und... Ähm... Ja. Speciale wird es einfach für den restlichen Kampf alles heilen, was irgendwie unter 20... HP oder sowas fällt. Oder überhaupt alles heilen, was nicht... Was war die jetzt zweimal hintereinander dran? Also einfach angreifen... Und... Den üblichen Kram abziehen. Aber Shabo ist ziemlich... Ziemlich gut, wenn er auch wirklich... Trainiert ist. Okay. In... Invincibility. Fing! Schild. Und einfach mal mit allem angreifen, was man hat. Und hoffen, dass es tatsächlich was bewirkt. Und der Kerl nicht einfach nur... Lacht. Oh, was? Das war der Bosskampf? Das? Das war der ganze Bosskampf? Was? 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 Wow. Wir haben einen Ritter besiegt. Und jetzt... Und jetzt befreien. Und jetzt befreien wir die Prinzessin. Hm. Ich hab schon gesagt, du bist so schwach für mich. Juhu. Er hat das... den Leichtum aufgedreht. Und... Und ja. Pling! Mist. Während wir blind waren, ist Bock in der Prozessin entkommen. Wir müssen hier raus, oder wir verlieren ihre Spur. Okay. Bock ist doch definitiv wie ein Schwächling. Hast du den Ritter mit einer jungen Frau vorbeikommen sehen? Ja. 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 Als er ihn dort hier gezogen hat, hat er ein Boot genommen und er ist richtig in Barbour gefahren. Arrrr. Arrrr. Wir werden ihm folgen. Ist das Podos bereit? Arrrr. Ich habe gerade die Reparaturen beendet. Gerade rechtzeitig. Kannst du sofort losfahren. Na dann... Fahren wir... Warte! Die Musik kommt mir bekannt vor. Die Musik kommt mir bekannt vor. Aber die Pose ist toll. Die Pose ist wirklich toll. Ihr könnt nicht ohne mich gehen. Schion, genau. Schion heißt er. Schion. Dem geht es ja wieder gut? Ja, und ich bin bereit ... mit ... euch ... Weg zugehen, und After zu lieben... und die W美味 zu retten. Okay, dann gehen wir! Dieser Bockli ist schon wieder entkommen. Wir sind einfach zu doof. Und jetzt ist es persönlich. Grrrr. Dum 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 Dum... Ich rede mal lieber um den anderen. Okay, jetzt laufen alle auf diesem Schiff herum. Die ganze Party jetzt aber. Mal mit. 76697. Okay, Skills. Einfach mal schauen. Management. Äh, ja. Party-Management. Hm. Ja. Ah, ja. Genau, und wie kommt das wieder raus? Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, ja. Ah, ja, genau. Ich brauche noch ein drittes Party. Mit, äh, hallo? Hallo? I wanna get out of here. Ah, ja, stimmt. So ist es gegangen. Ja. So was, genau. Exit. Exit. Ah, Exit. Und? Die Party. Pepe ist auf Level 5. Ich soll Level Pepe trainieren. Und alle anquatschen. Hm. Äh, ja. Ah, die Jesse ist heute ruhig. Bis wir an den weißen Wald treffen. Jesse ist so schön. Hunger. Ja. Pepe. Wow. Wow. Hm. Hm. Die kann nicht reicher werden. Ja. Diese Charaktere sind so ausgeprägt und, und... Toll und wow und... Uh. Und Schian. Und... Nein. Musik K